Und dann jetzt hier drauf. Und dann gucken wir auch noch Down, sehr schön. Jetzt machen wir hier mal ganz kurz. Ja, genau das machen wir da rein. Ja, ich glaube, sie greift gleichzeitig an. Oh, okay. So. Alter, damit wir jetzt noch Down kriegen sollten, dafür würde ich mich sogar opfern. Oh, es ist ein Tor meiner Auffahrung wert? Diese Frage sollten wir ja beim nächsten Mal. Wow, gut. Komm raus. bis hin, der Typ ist aber auch ein bisschen stupid. Vorhin die Aktion war ganz gut auf der Kamera. Alter wie viel kann abgehen hier. Ich glaube aber jetzt kommt der Halskollegen anders. das ist nicht das ist gut ja, verteidigt er mich gerade? I can it better! BOOTBOOTBOOTBOOTBOOTBOOTBOOTBOOTBOOTBOOTBOOT i ci 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 i ci ciUp so okay dann haben wir den gekillt dann holen wir uns jetzt hier langsam mal die sollten zum Left und dann holen wir uns da da und überhaupt die Merkel ab, weil das geht gar nicht oh wenn ich jetzt ein bisschen oft gestorben bin mittlerweile 232 habe ich das alles ausgeglichen hab 2 mal geholfen und 2 mal habe ich gehört Das sind an sich vier Tote, die ich dazu beigetragen habe und viermal gestorben. Ist momentan ausgeglichen. Ich hoffe, dass ich es jetzt langsam bessern kann. Ich darf mit ABCs nicht so offensiv reingehen. Ich weiß. Aber es macht so viel Spaß. Vor allem mit dieser verrückten, blauhaarigen Dame, die einfach mal so geile Sprüche ablässt. Ich finde die Sprüche cool. Los, hau mal rein, raus. Sprüche. Los, Sprüche. Sprüche, Sprüche. Sprüche, Sprüche. Aus, Sprüche, aus. Und jetzt sind das so zu geil. So geil. Ich hab mich übrigens selten gesehen im Gras, gell? Ja, das bringt mich so vollkommen recht. Alter, ich geh zu steil. Was denn, der Werte? Oh Gott, das fühlt doch weh. Oh Gott, das fühlt doch weh. Und da hab ich ihn getroffen. Ja. Oh, das wird schlecht. Schade. Er hat aber auch Power, der Typ. Ja, so wird es ein Thema, das wird bestimmt besser. Wo ist denn der Sinn jetzt eigentlich hin? Tod. Immer noch. Okay. Okay. Tod. Der Sinn hat einen Tod zerstört. Ich hätte etwa 3, 3,5 Menschen, bestätigt. Wie ist goniger. ich wende jetzt hier hin. Ich habe noch alles in den S害, das sind unsere medizinische Plätze und haben wir schon mal integriert. Also wenn man spricht, dafür ist gute Fortschettung, die entitled Das erklärt natürlich alles. Wurzeln Worte kalt die die okay für die nicht mehr was das die zwei sechs タsch die 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 und da habe ich diese stadtdinge als eingehauen okay jetzt wird es kritisch jetzt ist es schlecht aber wenigstens ein was oh was muss er treffen Da hab ich ihn erwischt. Soooo. Und auch da hab ich ihn erwischt. Sehr schön. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, das wird sehr schwer gegen den. Mit seiner Sprung-Attacke ist er übelst gut. Dann hab ich mich erwischt, aber... Ich lass ihn mal ran kommen mit seiner Riesen-Horde. Und dann hab ich was für ihn. Oh yes. Und da geht der andere eh, die Stuben. Oh, der andere eh, die sich richtig stein. Sehr schön... Hupflug! Hm, ich liebe mal Bias! Hm. Okay jetzt geht zum Beispiel... Ah jetzt geht geht der runter, alles klar. Und wir haben ja so Schlau, dass er da runter rennt. Gut, ich nehme die Linie. Und mit ein bisschen BUM wird das auch kein Problem. Ja, der wird gleich da runtergehen. Ja, der wird gleich da runtergehen. Also, ich hoffe es war das er so. Also, in dem Sinne ist es ja ziemlich schlau. Man kann ja nicht sagen, dass es dumm ist, dass er da runtergeht. Aber es ist halt ziemlich blöd, dass er mich hier alleine lässt werden müssen. Oh, die sind schon durchgedrungen. So, umschalten wieder. Ich glaube, da kommt es hier runter. Jetzt gehe ich mal hier in den Dschungel rein. Ich weiß nicht, wie wir das mal gut alleine machen. So was levelt auch gut. Gut, das Street levelt sicher auch schön. Levelst du gut? Frage gezeigt. Ja, gell? Du levelst mich super gut. Juhu! Dann pushen wir mal die Lane. Ja, bin doch dabei. Chillt mal eure Bases. Ja, ich bin doch dabei. Ja, ich bin doch dabei. So, Hallöchen! Bam! Bam, 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 bam! Bimbo Bambino! So nennt Madame Mish auch. Ich glaube, beim Turm bringt das nichts. Ich glaube, die geben nicht auf. Jetzt ist das sehr langweilig. Ich höre mal Kills an. Kills sind cool. Kills machen Spaß. Ich glaube, Türme geben übrigens auch Kills. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, immer Minions fahren. Auch für die Skora natürlich. Ja, dominiert einer von uns. Alter, dann machen wir die Trippen. Inhibito als Platz hier ist. Okay. Und jetzt kommt man zu dem nächsten Turm hier. Spaß muss einfach das Staffel-Schwein. Okay. Ich bin mal zum... Ich bin Mist. Ich bin ein Blutbatsch, damit wir heilen. auf und das ist so geiler mit dem hier auch ich bin der Riesenmitte dabei entgeiler Kampf auch so keine großen Projekts gemacht aber entgeiler Kampf Ja, das war's für heute wieder. Die Folge wird bestimmt nicht so schnell rauskommen. Die werde ich wahrscheinlich ein bisschen später reinpacken dann, damit wir nicht einmal Jinx hintereinander haben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit dem nächsten Charakter, vielleicht nämlich Shogad jetzt. Oder? Ups. Ich hab schon so wie die Edesis gezeigt. Ich glaub ich nehm mal Shogad jetzt. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.